Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, wunderschöne Bedingungen in Island, um den Vulkanausbruch zu beobachten. Mitternachtssonne ist natürlich auch ein tolles Thema. Man muss nicht bei totaler Dunkelheit durch die Gegend stark sein, aber es ist interessant, dass um diese Uhrzeit so viele Menschen dort unterwegs sind. Also mittlerweile ja wieder Hochbetrieb. Aber was auch interessant ist, man muss anscheinend 10 Kilometer latschen, um dort hinzukommen und das über Stock und Stein. Denn das Gebiet dort ist durchzogen von größeren Felsblöcken, größeren Rissen im Boden. Und ja, ich bin beeindruckt, dass sich diese Strecke tatsächlich manche antun. Aber ja, es ist natürlich auch ein tolles Naturereignis. Und was wir hier sehen, das sind Aufnahmen. Die Sonne steht sehr tief als Mitternachtssonne. Deswegen auch rein von der Beleuchtungssituation natürlich optimal. Ja, und was wir auch teilweise sehen, ist, dass es bereits zu kleineren Krater einstürzen kommt. Das heißt, da sind immer wieder größere Brocken mit dabei, die dann auch in diesen Lavakanal hier hineinstürzen. Und das führt dann zu einer Stauwirkung. Diese Stauwirkung erzeugt dann tatsächlich auch für wunderschöne Ansichten, weil die Lava dann dementsprechend einen anderen Weg nimmt. Ja, und das ist schon toll. Also, muss ich schon sagen, wäre schon eine interessante Geschichte. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, dass ich da hinkomme. Aber wer weiß. Was wir hier jetzt sehen, das ist eben dann das Ergebnis dieses Krater-Einsturzes. Das heißt also, hier haben wir jetzt eine Verteilung der Lava in einen anderen Bereich hinein. Ja, und das war natürlich dann auch die Möglichkeit für die Leute, dort sich das ein bisschen näher anzuschauen. Es ist natürlich immer mit einer gewissen Gefahrensituation verbunden. Und hier auch mal der Pfeil, der zeigt uns jetzt einen, der dort steht. Oder eine. Ja, weiß ich nicht. Kann man hier nicht erkennen. Aber was wir hier sehen, ist natürlich auch die Größenordnung. Das heißt also, das ist jetzt mittlerweile schon ein großer Krater. Und auch sehr hoch mittlerweile. Und auch die Lavafontänen sind relativ hoch. Ja, und wenn man dann in diesem Bereich steht, bekommt man sehr viel Rauch ab. Dieser Rauch, den wir hier sehen, das sind die verbrennenden Flechten und Moose, die sich dort befinden. Das heißt also, das sind keine vulkanischen Gase, die man dort abbekommt, sondern das ist einfach ja Lagerfeuerromantik, würde ich mal sagen. Ich denke mal, wenn man dann wieder zu Hause ist, dann kann man die Klamotten eigentlich gleich entsorgen. Weil das dann dementsprechend auch ein bisschen nach Rauch riecht, logischerweise. Aber ja, das ist wunderschön. Also schon beeindruckend auch. Und auch die Ausflussmenge ist durchaus höher als bei den anderen Ausbrüchen. Das muss man natürlich jetzt im Einzelnen ein bisschen anschauen. Teilweise kann es natürlich auch ein bisschen mehr erscheinen, aufgrund eben auch des Lavaflusses. Aber ja, da ist schon einiges unterwegs an Lava. Und das heißt also, ja, das Lava-Feld wird sich dann dementsprechend auch ausweiten. Aber so wie es jetzt momentan aussieht, also wenn diese Ausbruchstelle bleibt, besteht überhaupt keine Gefahr. Weder für Straßen noch für Ortschaften. Es müsste schon sehr, sehr lange hier dann dementsprechend zu einem Ausbruch kommen, dass irgendetwas betroffen sein könnte. Und so lange, also ein Jahr oder so, weiß nicht, ob das tatsächlich im Bereich des Möglichen ist. Also es ist natürlich dort möglich. Es gab auch in der Vergangenheit auch mal Ausbrüche, die sehr, sehr lange angedauert haben. Aber der Zyklus, der sich dort abbildet, ja, ein paar Monate maximal, kann auch früher wieder zu Ende sein. Es kann jetzt auch nur ein paar Tage und ein paar Wochen dauern. Darum, ja, alle, die jetzt das anschauen wollen, manchmal muss man ein bisschen fix sein. Kann man sehr schlecht prognostizieren, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber die Bilder sind natürlich absolut faszinierend. Auch RUV-IS jetzt mit der Streaming-Kamera. Der Stream im Übrigen unten in der Videobeschreibung, also der Link, meines Erachtens momentan der beste Stream. Das heißt also, die Kamera ist wirklich perfekt positioniert, hat sehr wenig Raucheinfluss und deswegen hat man auch immer eine schöne Sicht auf den Vulkan, der sich jetzt ausbreitet. Das heißt also, der Kegel wird jetzt immer größer. Und mal gucken, wie sich die Intensität des Ausbruchs dann auch weiterentwickelt. Könnte sein, dass dann noch ein bisschen mehr kommt, aber es ist jetzt schon ordentlich. Das heißt, ihr seht ja selber, die Lava-Fontänen sind teilweise sehr hoch. Die Intensität schwankt dann auch immer ein bisschen. Das heißt also, so kommt dann ein bisschen mehr, dann kommt wieder ein bisschen weniger. Also im Grunde genauso wie die anderen Ausbrüche vorher. Das ist ein ähnliches Ereignis. Nichts Besonderes für diese Gegend, sondern das ist eben genau das, was dort immer wieder passiert. Diese Spaltenausbrüche, die dann auch sehr viel Lava fördern und dann dementsprechend hier wunderschön anzuschauen sind. Also, ihr seht ja selber, unten laufen wir etliche rum. Also für mich wäre es nichts im Rauch stehen. Aber gut, okay, muss jeder selber wissen. Was wir hier jetzt sehen, das ist eine Satellitenaufnahme des Ausbruchs. Das heißt, ja, man kann natürlich jetzt auch mit Satelliten dieses Feld sehen und auch den Rauch, der sich dort entwickelt. Nicht unerheblich viel ist allerdings das verbrennende Moos und die verbrennenden Flechten. Das heißt, da ist Großbrand und deswegen sieht man das auch so deutlich. Aber ja, der Vulkan selber hat natürlich auch eine relativ hohe Gasentwicklung momentan. Da gab es auch schon ein paar Einschränkungen und dann auch die Überlegung, wie macht man das jetzt am besten, auch mit den Leuten da. Man muss natürlich vorher immer schauen, wie ist die Gaskonzentration generell. Weil da können schon sehr giftige Gase mit dabei sein. Also die können auch tödlich sein. Und deswegen muss man da unglaublich aufpassen und dementsprechend wurden dann auch in der Zwischenzeit Messungen durchgeführt vor Ort, um die Gaskonzentration festzustellen. Und natürlich spielt die Windrichtung auch eine entscheidende Rolle. Also ich sollte mich natürlich nicht dorthin stellen, wo der ganze Rauch und der ganze Dampf aus dem Vulkan da so hinweht. Das ist wahrscheinlich auch ein natürlicher Reflex, dass man das nicht macht. Wäre auch vernünftig. Was wir hier jetzt noch sehen, das ist die Ausbruchstelle selber. Das heißt, ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Und hier in etwa ist das. Das heißt, dieser rote Balken, der zeigt uns jetzt das Ausbruchsgebiet in etwa. Wenn ich es mir jetzt nochmal anschaue, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter nach rechts rüber, jetzt von uns aus gesehen, also Richtung Osten. Aber das ist ungefähr die Ausbruchstelle, über die wir jetzt auch seit Tagen reden. Und aufgrund der generellen Oberflächenbeschaffenheit ist es so, dass die Lava nach Süden abfließt. Das heißt, es ist in einen Bereich hinein, der absolut ungefährlich ist. Und auch eine ganze Zeit, wie bereits angemerkt, ungefährlich bleiben wird. Das heißt, es ist ein wunderschönes Naturschauspiel. Das Einzige, was momentan nicht ganz so günstig ist, ist wahrscheinlich der weite Weg, den man dort zurücklegen muss. Und auch das alles ist sehr unwegsam. Also ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, auch von Videos, die dort gemacht wurden. Also da muss man sehr gut zu Fuß sein. Und es ist auch nicht wirklich angenehm, dort zu marschieren. Das ist etwas, wo man sich sehr gut überlegen muss, dass man körperlich fit ist, dass man das dann auch machen kann. Denn man muss ja den Weg auch wieder zurück. So meine Lieben, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.